Punkt 4, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU und CSU mit dem Titel Forschung zu Long-Covid, ME-CFS und Post-WAC-Syndrom in Deutschland stärken. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen, insbesondere auch der Unionsfraktionen, den Platzwechsel zügig vorzunehmen. So, ich bedanke mich. Ich öffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin der Kollegin Katrin Staffler, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tag für Tag kriege ich E-Mails, Nachrichten, Briefe zum Umgang mit den Folgen einer Covid-Infektion. Die Mutter von zwei Kindern, die sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern kann, weil sie nicht mehr belastbar ist, weil sie an Atemnot und Herzrasen leidet. Der Arbeitskollege, der nicht mehr arbeiten kann und hilfesuchend von Arzt zu Arzt rennt, weil jede einzelne kleine Anstrengung zu unglaublichen Kopfschmerzen führt. Die Kommilitonin, die ihr Studium hat, abbrechen müssen, weil ihr die Kraft für den Studienalltag fehlt. Über eine Million Menschen in Deutschland leiden an den Folgen einer Covid-Infektion, weltweit 65 Millionen Menschen. Eine unfassbare Zahl. Hinter jeder einzelnen Person dieser Zahl steckt ein Schicksal. Hinter jeder einzelnen steckt ein Mensch, der sich Tag für Tag irgendwie durch den Alltag kämpfen muss. Hinter jeder einzelnen steckt Hilflosigkeit und eine verzweifelte Suche nach wirksamen Behandlungen. Heute ist der erste internationale Long-Covid-Awareness-Day, und viele Menschen sind heute vereint auf die Straßen gegangen, um sich für die Belange der Betroffenen einzusetzen, auch vor dem Forschungsministerium. Gleichzeitig forschen jeden Tag viele Wissenschaftler mit unglaublich großem Engagement, aber sie brauchen eben auch den klaren Rückenwind von uns hier, von der Mehrheit des Deutschen Bundestages und vor allem eben auch aus der Bundesregierung. Mit Rückenwind meine ich eben nicht nur warme Worte, sondern ich meine damit vor allem auch finanziellen Rückenwind. Es kann und darf nicht sein, dass Betroffene aus ihrer blanken Not heraus die Forschung nach wirksamen Behandlungen mitfinanzieren, mit ihren eigenen, privaten, teilweise sehr wenigen Mitteln, weil es zu wenig staatliche Forschungs- und Fördermittel gibt. In die Richtung der zuständigen Bundesforschungsministerin, die es heute leider nicht für nötig gehalten hat, hier mit dabei zu sein, sage ich, ja, natürlich sind die zwei im Moment laufenden Förderlinien, das sind im Übrigen zwei, die aus der Vorgängerbundesregierung, also von uns auf den Weg gebracht worden sind, sind zwei richtige Bausteine, völlig ohne Frage. Aber, und damit kommen wir zum Kern unseres Antrags, angesichts der Größe der Herausforderung, von der wir hier sprechen, von der Anzahl der Betroffenen, reichen eben die Mittel, die vom Ministerium zur Verfügung gestellt worden sind, vorne und hinten nicht aus. Ein kleines bisschen mehr als 12 Millionen Euro stehen in diesem Jahr zur Verfügung, das bei einem Haushalt des BMBF von insgesamt 21,5 Milliarden Euro, das sind insgesamt noch nicht mal mehr als klitzekleine 0,1 Prozent des Gesamthaushalts des Bundesforschungsministeriums. Und um es klar zu sagen, der Finanzrahmen an sich, also die Höhe der zur Verfügung gestellten Summe, ist das Problem. Das wird weder dem Leiden der 1 Million Menschen in Deutschland gerecht, die daran leiden, noch der Größe der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung und, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, schon gar nicht dem volkswirtschaftlichen Schaden, der dadurch entsteht. Und für diese falsche Prioritätensetzung, ich will das ausdrücklich sagen, ich halte es für eine falsche Prioritätensetzung, tragen Sie die politische Verantwortung. Wir fordern die Bundesregierung deswegen auf, deutlich, deutlich mehr Fördermittel für die Forschung zu Long-Covid, zu ME-CFS und dem Post-Vac-Syndrom zur Verfügung zu stellen. Und daneben, sage ich auch ganz klar, brauchen wir dringend eine Bündelung und eine Vernetzung der relevanten Akteure, um Ziele, um Strategien und erforderliche Maßnahmen festzulegen. Und da fordern wir ehrlich gesagt ja auch nichts komplett Neues, sondern da können wir uns einfach mal ein bisschen was abschauen, von was, wo es heute schon ganz gut funktioniert, nämlich bei der nationalen Dekade gegen den Krebs. Und wenn wir schon beim Thema Abschauen sind, würde ich sagen, werfen Sie doch gerne auch noch mal einen Blick in unseren Antrag von der letzten Sitzungswoche. Thema Nutzung von Gesundheitsdaten. Gerade bei einem neuen Krankheitsbild braucht es bei der Erforschung der Grundlagen eine solide Datenbasis. Und da haben wir auch dringenden Handlungsbedarf. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir nicht länger die Augen vor dem unglaublich großen Leid der Betroffenen verschließen, dem Leid, das die Betroffenen tagtäglich erleben und teilweise einfach nicht mehr ertragen können. Deswegen setzen Sie sich bitte gemeinsam mit uns dafür ein, dass wir durch Wissenschaft und durch Forschung Long-Covid, ME-CFS und dem Post-Vac-Syndrom schnellstmöglich den Schrecken nehmen. Und stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Staffler. Nächster Redner ist der Kollege Rupert Stüwe, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren! Auch ich habe im Umfeld dieser Debatte und im Vorfeld dieses Tages viele Briefe bekommen. Und ich glaube, das kann ich für alle Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses sagen, wirklich niemand verschließt die Augen vor dem Leid der Betroffenen, bitte Frau Staffler. Ich habe Briefe bekommen von Menschen, die nach einer Corona-Infektion oder auch nach einer Impfung, das muss man dazu sagen, daran leiden, dass ihr Körper nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Energie selbst für die einfachen Tätigkeiten des Alltags bereitzustellen, die nicht mehr am Berufsleben teilnehmen können, die nicht mehr für ihre Familie da sein können. Denn es gibt auch viele junge Menschen, die davon getroffen sind, die Hilfe in allen Fragen ihres Alltags brauchen. Das sind Symptome, die betreffen Menschen nach einer Corona-Infektion, die betreffen aber auch vor allen Dingen Menschen, die am chronischen Müdigkeitssyndrom, ME-CFS, leiden. Und deswegen will ich den Long-Covid-Awareness-Day heute auch zum Anlass nehmen, noch mal über das Thema ME-CFS sprechen. Weil, ehrlicherweise, dort haben wir schon lange nicht genug getan. Und dort hätten wir auch ohne Corona mehr tun müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei der Diagnose, bei der Therapie, bei der Versorgung, aber auch beim Thema Anerkennung der Krankheit und beim Thema Sichtbarkeit. Das ist ein Thema, was sich eben nicht nur die letzten zwei Jahre betrifft, sondern wo wir viel früher hätten anfangen müssen, Strukturen aufzubauen. Und da sind wir gerade dabei. Es geht darum, Strukturen zu verbessern, Strukturen in der Versorgung, Strukturen in der Beratung, aber natürlich auch Strukturen in der Forschung und in der Entwicklung. Und ich möchte vielleicht auch an dieser Stelle der Debatte einmal sagen, weil wir ja auch über das Thema Corona reden. Und weil ich auch weiß, wer nach mir noch spricht. Ich finde es genau richtig, das Thema Corona im Bereich Wissenschaft und Forschung noch mal deutlich anzusiedeln. Denn wo sonst hat uns gezeigt, wie wichtig Wissenschaft und Forschung ist, wenn nicht diese Pandemie? Wir müssen die Strukturen dabei verbessern. Wir müssen aber auch ehrlich bleiben. Wir wissen nicht, wie schnell ein Wirkstoff gefunden wird. Wir wissen nicht, wie schnell wir zu einer Diagnose für das chronische Erschöpfungssystem kommen würden. Im Moment machen wir das immer noch per Aufschlussdiagnose. Das heißt, dort brauchen wir einen wahnsinnigen Forschungsaufwand. Und Sie haben recht, da müssen wir kontinuierlich mehr und mehr Mittel rein investieren. Da ist das, was wir gemacht haben, mein erster Anfang. 22,5 Millionen. Und was ich besonders gut finde, ist, dass wir noch mal einen Schwerpunkt darauf gelegt haben, Wirkstoffe zu testen. In Phase-II-Studien, wo wir sehen können, welche Wirkstoffe gibt es und wie wirken diese Wirkstoffe auch bei Long-Covid-Erkrankten oder bei Menschen, die an ME-CFS leiden. Wir müssen darüber sprechen. Und das gehört auch zum Ehrlichmachen, wie die Medikamenten- und Therapieentwicklung der Zukunft eigentlich aussieht. Wie das aussieht bei Krankheiten, bei denen die Diagnose noch nicht so klar ist und bei denen nicht so klar ist, welcher Wirkstoff wann wie und wo angreifen wird, wo wir ins Risiko gehen müssen in der Forschung. Vielleicht etwas mehr, als das das ein oder andere Unternehmen im Moment tut. Wir müssen auch darüber reden, wie wir das bei Krankheiten machen, die im Moment wenig sichtbar sind. Denn ehrlicherweise ist es ja ein Skandal, dass die Briefe schreiben müssen, damit geforscht wird. Das ist doch der wirkliche Skandal, vor dem wir stehen. Auch hier müssen wir die Strukturen anpassen. Corona hat langfristige Folgen. Für die Gesellschaft, für manchen Einzelnen ganz besonders. Das ist deutlich geworden am heutigen Tag. Und vielleicht hat sie auch langfristige Folgen, wie wir in der Medizin weiter an Therapien und Medikamenten forschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stübel. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Dr. Michael Kaufmann, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sie, geehrte Kollegen von der CDU, CSU, fokussieren sich in Ihrem Antrag fast ausschließlich auf die Forschung am sogenannten Long-Covid-Syndrom. Die Forschung zu Impfnebenwirkungen, genannt Post-Vac, scheinen sie dabei eher als eine Art Beifang anzusehen. Damit maßen Sie sich aber an, die Ergebnisse der von Ihnen angeregten Forschung bereits vorwegzunehmen. Denn Wissenschaft geht zunächst einmal von beobachtbaren Phänomenen aus und sucht von dort aus nach Ursachen und zusammenhängen, nimmt aber diese nicht bereits vorweg. Feststellbar ist heute lediglich, dass es in der Folge der Corona-Epidemie zu einer enorm gestiegenen Zahl dauerhaft Manifester, zum Teil sehr unterschiedlicher Krankheitsbilder kam. Ob diese vielfältigen Krankheitsbilder aber auf eine Infektion oder auf die Impfung zurückzuführen sind, muss seriöse Forschung erst noch ermitteln. Im Gegensatz zur Gewichtung in Ihrem Antrag sind die Impfnebenwirkungen kein Randphänomen. Stand 18. Februar listete die Datenbank der EMA europaweit fast 2,2 Millionen Fälle von Nebenwirkungen der Covid-Spritze, rund 630.000 davon schwer. Hinzu kommen 27.669 Todesfälle. Das sind nur die gemeldeten Fälle. Erinnern wir uns, insbesondere Herr Lauterbach, heute nicht da. Die Regierungsbank ist insgesamt erstaunlich leer. Herr Lauterbach und mit ihm die gesamte vorherige und jetzige Regierungsbank sprachen seinerzeit von einer hochwirksamen und nebenwirkungsfreien Impfung. Heute wissen wir, dass beides nicht stimmte, um nicht zu sagen gelogen war. Wäre diese Regierung nicht derart beratungsresistent gewesen, dann hätte sie auf die zahlreichen Warnungen weltweit anerkennter Wissenschaftler wie dem Miterfinder der mRNA-Technologie, Dr. Robert Melon, gehört. Stattdessen wurden die Bürger mit einer Gemengelage aus falschen Versprechungen und massivem Druck zu dieser experimentellen Gentherapie getrieben. Selbst noch im November letzten Jahres ließ mir Herr Lauterbach auf meine schriftliche Einzelfrage hin mitteilen, ich zitiere, es ergibt sich derzeit kein Risikosignal für die unter dem Begriff Post-Wac-Syndrom bezeichneten Beschwerden. Dabei pfiffen es zu diesem Zeitpunkt bereits die Spatzen von den Dächern, dass die Covid-Spritzen alles andere als nebenwirkungsfrei sind. Am Sonntagabend musste der geneigte Zuschauer das peinliche sich Winden des Herrn Lauterbach mit ansehen, als er im ZDF-Heute-Journal endlich einmal mit Nachdruck auf seine gravierenden Falschdarstellungen zur Covid-Impfung angesprochen wurde. Ein vorgeblicher Gesundheitsexperte und dann Gesundheitsminister, der derart katastrophale Fehleinschätzungen zu verantworten hat, der muss unverzüglich zurücktreten. Ihr Antrag, liebe Kollegen von der Union, setzt falsche Prioritäten. Den Zigtausenden von Menschen in unserem Land, die unter den Nebenwirkungen der Spritzen leiden, muss endlich geholfen werden. Für die von Ihnen präferierte Forschung von Long-Covid werden bereits heute erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt. Es gibt dazu weniger als zehn Forschungsverbünde. Dagegen war der Gesundheitsminister bisher nicht bereit, für die Erforschung der Impfnebenwirkungen auch nur einen Euro einzusetzen. Das ist eine Verhöhnung der Menschen, die ihm einmal vertraut haben. Wir sind gespannt auf die Beratung in den Ausschüssen, sagen Ihnen aber jetzt schon, dass wir Ihrem Antrag in dieser Form nicht zustimmen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frau Kaufmann. Nächste Rednerin ist die Kollegin Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Farras, Paulina, Mia, Andreas, Margarete, Sabine, Mila, Sarah, Yvonne, Timo, Martin, Andreas, Carmen, Renbert, Uta, Anna. Wir konnten sehr viele weitere aufzählen, Menschen, die von ME-CFS, von Post-Vac, Long-Covid betroffen sind. Und es kommt darauf an, dass wir denen zuhören, die es am besten wissen, den Betroffenen, den Anverwandten und den Forscherinnen und Forschern, den Medizinerinnen und Medizinern, meine Damen und Herren. Die gute Nachricht ist, seit 1955 in etwa kennen wir ME-CFS, das chronische Fatigue-Syndrom, oft übrigens ignoriert, vielleicht auch, weil es überdurchschnittlich Frauen betraf. Die wurden dann in die Hysterie-Ecke gesteckt. Meine Kollegin Linda Heidmann hat es vor acht Wochen an genau dieser Stelle gesagt. Wir hören Sie, und wir hören Ihre Anliegen. Dem schließe ich mich ausdrücklich an. Denn wir brauchen Forschung, wir brauchen Versorgung, wir brauchen Wissen, meine Damen und Herren. Genau darum geht es. Deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, dass wir heute diese Debatte hier führen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Worum geht es also? Die Krankenkassen müssen Bescheid wissen und Ärztinnen und Ärzte. Viele Betroffene finden heute noch nicht einmal einen Hausarzt oder eine Hausärztin. Das ist für sie eine Katastrophe, übrigens auch für die Familien, die pflegen, trösten, telefonieren, beraten, heben, abdunkeln, Freunde informieren, Medikamente besorgen, selber noch arbeiten gehen, Geschwister trösten und, und, und. Es ist eine wahnsinnige Belastung, die diese Familien haben, und ihnen muss geholfen werden, ja, auch durch uns, meine Damen und Herren. Zweitens. Im Bildungssystem muss Wissen her. Denn Kinder und Jugendliche mit eingeschränktem Energielevel können oft nicht am herkömmlichen Unterricht teilnehmen. Welche Form gibt es also bereits? Wer bezahlt das? Wie geht es? Wie geht es technisch? Und was ist mit den Prüfungen? Deswegen ganz klar, wir müssen im Bildungssystem mehr Unterstützung leisten für die Kinder, die unter diesen Krankheiten und ihren Folgen leiden, meine Damen und Herren. Und wir alle müssen mehr wissen über Long-Covid, über ME-CFS, über PostVac. Das ist nämlich keine seltene Krankheit. Das ist hier gesagt worden. Schon vor der Pandemie waren es übrigens so viele wie unter MS leiden. Wenn man sich die Versorgungsstrukturen dagegen anschaut, dann muss man sagen, ein wahnsinniges Ungleichgewicht, das wir uns nicht mehr leisten können. Das ist ein Massenbehinderungsereignis, so warnte vergangene Woche eine kanadische Regierungsberaterin. Denn die Konsequenzen für Gesundheitsversorgung, für soziale Absicherung und am Ende, Sie haben es gesagt, auch für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, sind bedrohlich. Diese Warnungen müssen wir ernst nehmen, und wir können nicht wegschauen. Was braucht es? Es braucht Wissen, es braucht Versorgung, und ja, es braucht unbedingt mehr Forschung. Mehr quantitativ, aber mehr heißt eben auch für die Zukunft. Das heißt, wir müssen das dauerhaft machen, weit über dieses Jahr hinaus. Also mehr Forschung, stabil, langfristig, umfassend. Das ist unsere Aufgabe. Let's go! Vielen Dank, und Grüße gehen raus an alle Betroffenen, alle, die sich für die engagieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Göring-Eckardt. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Petra Sitte, Fraktion Die Linke. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir stehen dem Unionsantrag aufgeschlossen gegenüber. Bereits zu Zeiten der schwarz-roten Koalition haben wir uns in genau diesem Sinne engagiert. Das Anliegen ist wichtig, denn erstens die Betroffenengruppe ist groß. Unzählige teils, die Kolleginnen und Kollegen haben es schon gesagt, teils schwer zu ertragende Einzelschicksale müssen uns schlicht motivieren, endlich mehr zu tun. Täglich erreichen uns unzählige E-Mails einer sehr gut vernetzten Gruppe von Betroffenen. Mittlerweile spricht man von etwa einer Million Menschen, die davon betroffen sind. Diese und ihre Familien warten jetzt auf politische Unterstützung, und sie warten auf verlässliche Unterstützung. Zweitens. Es ist immer noch deutlich zu wenig, was die Koalition auf Bundesebene leistet. Die Ampelkoalition hat sich zwar im zweiten Anlauf zum Haushalt 23 dazu durchgerungen, dass die Summe auf 11,5 Millionen Euro gesteigert wurde, aber Baden-Württemberg stellt 2022-23 insgesamt 15 Millionen bereit, Bayern stellt 12 Millionen bereit, Sachsen 3 Millionen, um nur einige Beispiele zu benennen. Grundlagen, Therapie und Versorgungsforschung müssen ausgeweitet werden, und ebenso die Zahl unabhängiger Medikamentenstudien. Die Koalition verweist, fragt man Sie immer ein bisschen, dann auf das Netzwerk Universitätsmedizin. Das ist so das Bermuda-Dreieck der Ausgaben in diesem Bereich. Dieses ist in der Tat sehr engagiert, aber es kann auch in seinen Labors keine Euro für weitere Studien züchten. Dieses Lass mich hinter den Baum der Bundesregierung ist keine hinnehmbare Taktik. Wie viel nun vorher die schwarz-rote Koalition ausgegeben hat, das weiß hier auch niemand genau. Mit Sicherheit zu wenig. Denn die Krankheitsbilder, Patrin Göring-Eckardt hat es eben gesagt, gibt es schon viel, viel länger. Und auch und gerade die Bundesgesundheitsminister von der Union haben die Forschung an ME-CFS und den Covid-Folgen vernachlässigt. Schön, dass die Union jetzt endlich das Thema entdeckt. Denn es ist jetzt Zeit, endlich mehr zu tun. Wiederholen wir also nicht die Fehler aus der Pandemiezeit und ignorieren wir nicht das Problem, Herrn Lauterbachs Ankündigungen mehr für Erkrankte tun zu wollen, glaube ich genau dann, wenn ich es schwarz auf weiß im Haushalt lese. Ich finde es gut, dass es ankündigt, jetzt machen. Abschließend muss jedoch gesagt werden, dass auch bei seltenen Krankheiten viel zu wenig getan wird. Davon betroffen sind landesweit vier Millionen Menschen. Die Pharmakonzerne werden hier nicht helfen, weil die Renditen eben viel zu gering sind. Und auch deshalb stehen wir hier in der Pflicht, endlich mehr zu tun. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sitte. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Stefan Seiter, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Das Phänomen Long-Covid-Post-Vac betrifft unsere Gesellschaft in ihrer Breite. Wir haben eine Million Menschen, die betroffen sind, aber hinter jeder dieser Personen steht eine Familie, es stehen Verwandte, es stehen Freunde, die sich tagtäglich um die Betroffenen letztendlich kümmern. Und deswegen bin ich persönlich der CDU-Fraktion und Unionsfraktion dankbar, dass wir dieses Thema hier diskutieren an diesem Tag. Aber wir sollten es auch länger diskutieren. Und es ist uns allen klar, dass es sehr viele Forschungsfragen gibt in diesem Bereich. Es gibt die Frage, wie sich die Krankheitsbilder ausgestalten. Wie verlaufen die Krankheiten? Wer ist betroffen? Gibt es schon Medikamente, die unter Umständen diagnostisch helfen, die helfen, die Symptome zu bekämpfen? Gibt es, wie zum Beispiel die vielversprechenden Aussagen zum Diabetes-Medikament, mit Metformin, Medikamente, die vielleicht auch helfen, gegen Long-Covid, gegen das Entstehen von Long-Care-Unwet. Also, Forschung ist notwendig. Aber manchmal entsteht der Eindruck in der Diskussion, dass noch gar nichts passiert in dieser Forschung. Dem möchte ich jetzt an dieser Stelle auch etwas widersprechen, weil es passiert was in der Forschung. Und es passiert was in der Forschung, einerseits durch projektorientierte Forschung. Wir haben die Zahlen schon gehört. Da ist sicher an der einen oder anderen Stelle auch noch mehr Luft nach oben. Das brauchen wir nicht zu bestreiten. Auf der anderen Seite findet Forschung aber auch in den medizinischen Fakultäten statt. Und auch die müssen wir berücksichtigen. Und von der Verwendung von Kennzahlen, die dann zum Beispiel 0,1 Prozent sind, dann sollten wir auch hinschauen, auf was sich diese 0,1 Prozent beziehen. Es wird nämlich dann auch eingerechnet, die ganze Grundförderung für unsere großen Forschungseinrichtungen. Wenn wir schon relativieren und Zahlen nennen, dann sollten wir sie im Verhältnis der Projektmittel setzen. Und dann vielleicht noch eine Anmerkung. Es gab in den letzten Tagen und Wochen eine Diskussion darüber, dass so wenig gefördert würde im Verhältnis zu den Anträgen. Wir haben ein Antragswesen in Deutschland, das davon ausgeht, dass nach Qualität entschieden wird. Und wenn es einfach stattfindet, dass wir Mittel aufsummieren an Anträgen, die gestellt worden sind, dann ist es erst einmal ein Ehrenzeichen dafür, dass es viele Interesse an der Förderung gibt. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle diese Anträge, die da gestellt werden, zwingend auch zu einem Erfolg führen können und auch zwingend vielleicht geeignet sind, tatsächlich erfolgsversprechende Projekte zu haben. Aber es sollte jetzt genau an dieser Stelle dann diese Informationen, die wir aus diesen Anträgen erhalten, was ist an Forschung möglich, welche Bereiche können untersucht werden, welche Ideen gibt es, darauf kann man aufbauen. Und an dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass in der Zukunftsstrategie der Bundesregierung auch das Thema Gesundheit für alle verbessern steht. Und da steht, und es ist eine Strategie, und es steht, ja, da gebe ich Ihnen recht, nicht einmal vielleicht dieses Wort, aber es steht auch da geschrieben, dass wir diese Strategie in Missionen, Submissionen herunterbrechen. Und da ist natürlich auch die Frage, können wir hier stärker die Long-Covid-Post-Vac-Forschung letztendlich etablieren? Also sprich, wir werden in den Ausschüssen, wir werden in unseren Arbeitsgruppen, wir werden auch mit dem Haushaltsausschuss darüber diskutieren müssen, wie wir Mittel hier in diese Richtung bekommen, wo Mitteleinsatz sinnvoll ist. Denn den Betroffenen muss geholfen werden. Wir wollen Ihnen helfen, wir werden Ihnen helfen. Und an der Stelle, meine Damen und Herren, wünsche ich allen denjenigen, die betroffen sind, alles Gute und gute Genesung. Und seien Sie versichert, niemand, der es hier ernst meint, wird ihre Anliegen beiseitekehren. Und wenn es die einen oder anderen gibt, die daraus dann, ich sage jetzt mal, parteipolitischen Gewinn ziehen sollte, dann sollten wir auch dieser Sache dann entgegentreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Seiter. Das Wort hat nunmehr der Kollege Erich Erzdorfer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Betroffenen, Angehörige! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zum zweiten Mal Long-Covid, ME-CFS, Post- und WAC-Covid hier im Plenum des Deutschen Bundestags. Und es ist schon erwähnt worden, der internationale Long-Covid Awareness Day ist heute. Nach einer ersten Aktion der Patienteninitiative Nicht-Genesen vor dem Reichstagsgebäude fand heute eine weitere Aktion vor dem Bundesforschungsministerium statt. Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsgruppe hier Bildung und Forschung für die Antragsinitiative, um auf die Schieflage hier in diesem Bezug der Forschungspolitik aufmerksam zu machen. Die Zahlen sind bekannt. Mehr als eine Million Betroffene bei Long-Covid 300.000 bei ME-CFS und bei Post-WAC-Covid ist das aktuell noch schwer kalkulierbar. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass hier niemand etwas vergisst oder uns den Tisch fallen lässt. Allein in die Impfstoffbeschaffung hat Deutschland mehr als sieben Milliarden investiert, was richtig war. Und der Bund zahlte im Gesundheitswesen mehr als 53 Milliarden Euro an Coronakosten. Auch das war notwendig. Das sind enorme Summen. Und deshalb ist es natürlich notwendig, dass wir die Forschungsmittel hier für den Bereich Long-Covid, Post- und WAC-Covid und natürlich auch eben mit CFS mehr noch in den Mittelpunkt stellen. Förderanträge scheitern an bürokratischen Hindernissen. So wird mir berichtet. Und es handelt sich aber um einen Forschungs- und Versorgungsnotfall. Das ist das Entscheidende. Es geht um eine Situation. Und ich möchte mir das als Gesundheitspolitiker erlauben, dass diese Situation Leben verändert. Biografien zerstört und Leben zur Last macht. So wie die Pandemie Sondergenehmigungen für Forschung ermöglicht hat, brauchen wir jetzt auch Verbesserungen und Flexibilität in diesem Bereich. Wir sind als Abgeordnete, so glaube ich zumindest, bereit, hier den Menschen zu helfen, weil Millionen von Menschen hier auf unsere Entscheidungen warten. Nicht oft haben wir als Abgeordnete die direkte Möglichkeit, direkt für Verbesserung zu sorgen. Glauben Sie mir, es geht hier weder um Parteipolitik, noch geht es um ein Muskelspiel der Fraktionen oder gar um Selbstdarstellung. Ich kann Ihnen nur eins sagen und ich bitte hier auch jeden Einzelnen von Ihnen. Lassen Sie uns dieses Pflänzchen der Gemeinsamkeit, die Allianz des Anstands, die wir vor einigen Wochen hier in diesem Haus begonnen haben, dass wir gemeinsam agieren. Lassen Sie uns das pflegen. Lassen Sie uns Geld in die Hand nehmen. Wir brauchen keine Schlammschlacht in sozialen Netzwerken unter den Ministerien, sondern wir brauchen Lösungen für die Menschen. Denn sie haben weder die Kraft noch die Zeit, dass wir hier irgendetwas versäumen. Diese Menschen leiden, und wir haben eine gute Chance, durch Forschung und Wissenschaft Leiden zu lindern und vielleicht sogar zur Heilung zu kommen. Und ja, das ist eine Bitte und auch eine Forderung zugleich, nach einer Sonderforschungssumme im Zeichen der Menschlichkeit. Und deshalb fordern wir auch den Aufbau von Kompetenzzentren und Spezialambulanzen. Wir fordern auch, dass man hier das Forschungsvorhaben dauerhaft in ein Budget gießt. Und wir brauchen auch die Anerkennung der Erkrankungen und Rehabilitationsangebote. Aufklärungskampagnen durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind hilfreich und fördern unser Ziel. Ja, und deshalb lade ich Sie auch ein, am 29. März 1830 Teil eines Fachgesprächs zu sein. Genauso die Ärztinnen und Ärzte, alle, die Interesse haben, hier mitzuwirken. Und glauben Sie mir auch eins, und ich danke Ihnen auch, Frau Ministerin, dass Sie hier sind, weil Sie haben hier den Schlüssel zur Lösung in der Hand. Ich kann nur eins sagen, wir müssen hier zusammenarbeiten, und wir werden es in diesem Hohen Haus nur gemeinsam schaffen. Und das ist auch ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie. Und deshalb bitte ich Sie, dass wir hier diesen angefangenen Weg weiterführen und einschlagen. Und glauben Sie mir, Erkrankung kennt keine Parteigrenzen, keine Fraktionen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Oerstoffer. Als nächster Redner hat das Wort die Kollegin Dr. Lina Salzen, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Betroffene, liebe Angehörige! Etwa 250 000 Menschen sind in Deutschland an ME-CFS erkrankt. Häufig sind junge, fitte Menschen betroffen, darunter 40 000, rund 40 000 Minderjährige, die durch ihre Erkrankungen vollkommen aus ihrem Leben gerissen werden. ME-CFS ist eine neuroimmunologische Erkrankung. Die Betroffenen leiden häufig an einer schweren Fatigue, aber eben auch an kognitiven Symptomen. Alltägliche Dinge wie Duschen, Zähneputzen können zu unüberwindbaren Hindernissen werden, weil die Kraft fehlt. Arbeiten gehen, am Familienleben teilhaben, Freunde treffen. Das ist für viele kaum mehr möglich. Durch zwei Drittel der Betroffenen bleiben arbeitsunfähig. Die massive Beeinträchtigung der Lebensqualität und eben auch die empfundene Perspektivlosigkeit führen darüber hinaus zu einer hohen Suizidrate. ME-CFS ist keine neue Erkrankung. Sie wurde bereits 1969 von der WHO als Erkrankung des Nervensystems anerkannt. Und weil es eben so viele Gesichter hat, weil die Erkrankung im medizinischen Umfeld nach wie vor wenig bekannt ist und weil es auch in Deutschland an Versorgungsinfrastruktur fehlt, müssen viele Betroffene eine Odyssee von Arztpraxis zu Arztpraxis hinter sich bringen, bis ihnen geholfen werden kann. Und da die Krankheit auch wenig erforscht ist, gibt es bisher kaum Heilmittel. Mit der Corona-Pandemie, und ich glaube, diese Unterscheidung muss man machen, hat die Erkrankung, hat ME-CFS noch mal deutlich an Aufmerksamkeit erfahren, weil es eben eine Folge von Long-Covid sein kann und die Zahl der Betroffenen ist in den letzten Jahren aufgrund dessen auch noch mal gestiegen. Aber natürlich kann Long-Covid auch ganz andere Symptome haben. Und wer sich die anschauliche Demonstration von Nicht-Genesen vor ein paar Wochen am Reichstag angeschaut hat, hat da gelesen, dass da eben viele Namen waren, auch viele Namen im jungen Alter und viele, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen gearbeitet haben, die an Long-Covid erkrankt sind. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ausdrücklich bei den vielen Betroffenen bedanken, ob eben selbst erkrankt oder betroffen als Angehörige. Sie tragen die Krankheit immer wieder in die Öffentlichkeit. Sie kämpfen für eine ausreichende Versorgungsinfrastruktur, für die Aufklärung über die Erkrankung und nicht zuletzt für mehr Forschungsmittel. Sie geben die Hoffnung nicht auf. Und ich würde schon sagen, dass man das sagen kann. Hier mit Ihren zahlreichen Initiativen ist es auch Ihr Erfolg, dass sich in der Politik einiges bewegt. Diese Debatte hier aber auch die Tatsache, dass die ME-CFS-Versorgung im Koalitionsvertrag explizit aufgeführt wurde und auch die Tatsache, dass eben in den letzten Jahren deutlich mehr Geld auch für die Erforschung der Erkrankung in die Hand genommen wurde. Ich glaube, dass die Erforschung von ME-CFS, Long-Covid-Post-Vac, massiv wichtig ist. Es ist so wichtig, weil wir eben über die Ursachen, über die Ausbringung und Symptome und auch über mögliche Therapieentwicklungen immer noch zu wenig wissen. Deshalb sind auch diese Investitionen im Bundeshaushalt vorgesehen. Ich bin dankbar, dass wir diese Debatte hier im Bundestag führen. Ich möchte aber vor einer Sache warnen. Ich möchte davor warnen, dass wir auf dem Rücken der Betroffenen diese Debatte instrumentalisieren für eigene politische Selbstdarstellung. Und ich möchte auch davor warnen, den Betroffenen Hoffnung zu geben, dass mit Forschung ganz schnell Lösungen gefunden werden können, weil eben das Zeit braucht. Mehr Geld für Forschung bedeutet nicht sofortige Hilfe für die Betroffenen. Das wissen die auch. Deswegen sollten wir weiter daran arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Seitzel. Nächste Rednerin ist die Kollegin Laura Kraft, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Frau Ministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Haben Sie in Ihrer Corona-Warn-App auch einen genesenen Zertifikat, einen G-Status? Für eine Million Menschen hierzulande ist Ihre Covid-19-Infektion jedoch nicht vorbei, denn sie sind nicht genesen. Sie haben Long-Covid. Auch ich habe noch länger als neun Monate gebraucht, bis mein Geruchssinn annähernd vollständig wiederhergestellt war. Der totale Verlust des Geschmacks- und Geruchssinn während der akuten Erkrankung, der hat mich erschreckt. Nach einer Weile kam er wieder, aber es war nichts mehr wie vorher. Kaffee roch nach Benzin, und wenn etwas überhaupt einen Geruch hatte, dann war der ziemlich scheußlich. Und das noch viele Monate lang. Ob es jemals wieder wird wie vorher, kann einem bei Long-Covid kein Arzt sagen oder garantieren. Ich hatte Glück. Aber viele Betroffene leiden täglich massiv unter den Langzeitfolgen, können ihren Alltag kaum bewältigen. Sie leiden unter Erschöpfung, unter Schmerzen, unter eingeschränkter geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit. Und das sind nur wenige, wenige Beispiele von über 200 Symptomen, die Teil des Krankheitsbildes sein können. In manchen Fällen führt es dann auch noch zu dem chronischen Fatigue-Syndrom, an dem zehntausende Menschen schon vor der Corona-Pandemie in Deutschland litten. Und genau darum haben wir weitere Mittel im Haushalt eingebracht. Moment, Entschuldigung. Wir haben weitere Mittel im Haushalt eingebracht, damit die bei Forschungsprojekten ankommen. Denn Forschung an dieser Stelle ist wichtig. 22 Millionen Euro fließen in die Erforschung der Krankheit, inklusive Forschung zu Diagnosemöglichkeiten und klinische Studien für Medikamente. 56 Millionen Euro gehen an das nationale Pandemiekohortennetzwerk, bei dem wichtige Daten zu Ursachen und auch zum Verlauf von Long-Covid gewonnen werden. Das sind nur Beispiele, wie die Bundesregierung hier an dieser Stelle die Erforschung von Krankheiten eben vorantreibt. Wir wollen ein Kompetenznetzwerk schaffen für interdisziplinäre Ambulanzen. Und das ist auch dringend notwendig, denn Long-Covid droht zu einer neuen Volkskrankheit zu werden. Noch herrscht einfach viel zu viel Unklarheit, wie man das chronische Fatigue-Syndrom und Long-Covid behandeln kann. Wir können uns aber nicht erlauben, die Forschung und die Entwicklung von Therapien auf Sparflamme zu halten. Wir müssen hier im Laufe der Zeit unbedingt weiter nachlegen. Die Bundesregierung hat schon viel im Haushalt eingestellt. Wir müssen aber mehr machen. Wir brauchen weitreichende Forschung. Und ich bin deswegen auch dankbar für Ihren Antrag. Wir müssen das Feld, die Ursachen besser verstehen, besser erforschen. Wir müssen Therapien ermöglichen. Denn nur so haben Betroffene die Chance, endlich ihr Leben wieder zurückzubekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Knapp. Letzte Rednerin dieser Debatte ist die geschätzte Kollegin Maja Wallstein. Meine Damen und Herren, meine SPD-Fraktion. Sehr geehrter, geschätzter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Besucherinnen und Besucher! Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute von allen Rednerinnen und Rednern gehört, wie dramatisch Long-Covid, das Post-Vac-Syndrom und ME-CFS für die Betroffenen sind und wie wichtig es ist, möglichst schnell Fortschritte bei der Erforschung und Behandlung zu erzielen. Ich bedanke mich an der Stelle für die zahlreichen Zuschriften, auch aus meinem Wahlkreis von Betroffenen, die detailliert ihren Krankheitszustand und den Verlauf ihrer Behandlung beschrieben haben. Danke. Viele Betroffene haben heute wieder bildlich auf ihre Lage aufmerksam gemacht. Vor zwei Monaten hatten Betroffene oder Aktivistinnen, die im Namen dieser Betroffenen sprechen, über 400 Feldbetten hier vor dem Reichstag aufgebaut, als Symbol für die Betten, die viele der Betroffenen einen großen Teil des Tages gar nicht mehr verlassen können. Krankheitserreger machen keinen Halt vor Landesgrenzen. Im Europaparlament kämpft der Sozialdemokrat Carsten Lucke für das Thema Long-Covid, Post-Vac-Syndrom und ME-CFS. Er war es auch, der es schon sehr früh auf die Tagesordnung des Sonderausschusses im EU-Parlament gebracht hat. Seitdem macht er darauf auf Verknüpfungen aufmerksam, wie die sozialen und finanziellen Folgen für Langzeiterkrankte, den Fachkräftemangel durch Long-Covid oder darauf, dass die Freiheit für besonders gefährdete Menschen durch den Wegfall der Anti-Corona-Maßnahmen weiter eingeschränkt wurde. Carsten Lucke hat für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten den Themenkomplex im EU-Parlament gesetzt. Als Opposition ist es ihr gutes Recht, Forderungen an die Regierung zu stellen. Das ist gut und richtig. Ich hätte jetzt aber auch mal einen Auftrag an Sie. Wie Sie sehen, arbeiten wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr intensiv mit unseren Europaabgeordneten zusammen. Es wäre hilfreich, wenn Sie das auch täten. Im EU-Parlament hat Ihre Abgeordnete Monserrat letzten Monat den Entwurf für den Bericht des Covid-Sonderausschusses vorgelegt. Monserrat ist Mitglied Ihrer EVP-Fraktion. Der Text aber enthält keine substanziellen Forderungen, die den Patientinnen irgendwie weiterhelfen würden. Es gibt keine konkreten Forderungen nach klinischen Studien, Gelder für die Forschung, Weiterbildung von Ärzten oder finanzielle Absicherung von Erkrankten. Aber genau auf dieser Ebene gehört das eben auch hin. Daher meine Bitte an Sie, liebe Union, sprechen Sie mit Ihren Europa-Leuten, zeigen Sie auch dort Engagement und füllen Sie die Leerstellen des Entwurfs für den Ausschussbericht. Im EU-Parlament sind Sie ja nicht in der Opposition, sondern können zeigen, was Sie tun, wenn Sie Verantwortung tragen. So wie zum Beispiel auch unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach das macht, das war heute schon Thema. Also hier mein Servicetipp für Sie. Studien haben ja auch ergeben, dass es ein gutes Gefühl gibt, wenn man eine gewisse Selbstwirksamkeit spürt. Ich, liebe Union, habe Ihnen heute diesen Weg zu dieser Selbstwirksamkeit, dem positiven Gefühl, aufgezeigt. In diesem Sinne einfach mal machen. Das hilft den Betroffenen dann wirklich. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Weidstein. Grüßen Sie bitte den Kollegen Mierscheid von mir und dem Präsidium. Damit schließt sich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19.5983 an die in der Tagesordnung auch für den Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf.